Vertretung Lehrer werden Aktuell ist ein sehr hoher Lehrkräftebedarf in ausgewählten technischen Fachrichtungen der Berufsschule gegeben. Konkret besteht in folgenden Fächern derzeit eine Mangelsituation bei Lehrkräften, Elektrotechnik, Kfz-Technik und Maschinenbautechnik. Um eine Verbesserung der aktuellen und künftigen Unterrichtsversorgung zu erreichen, setzt das Schulministerium in Nordrhein-Westfalen auch mit Unterstützung durch die Wirtschaftsverbände und Kammen ein umfassendes Aktionsprogramm um. Teil dieses Aktionsprogramms ist auch die Möglichkeit, nebenberuflich an Berufsschulen zu unterrichten. Ein solcher nebenberuflicher Unterricht ist zeitlich befristet in einem jeweils frei vereinbarten Umfang möglich. Interessierte können fachlich qualifizierte Praktiker aus der Wirtschaft einen wertvollen Dienst im Interesse der Jugendlichen und der Wirtschaft bei der Sicherung des Fachkräftennachwuchses leisten.